Herzlich willkommen bei uns, Ihre modernen Augenarztweise in Düsseldorf. Mein Name ist Dr. Amir Wachtert, Spezialist von Netzhauterkrankungen. Im heutigen Video erfahren Sie, wie diabetische Augenerkrankungen beim Augenarzt behandelt werden und wann das Auge geleset oder injiziert werden muss. Zur Behandlung einer diabetischen Netzhautveränderung gibt es zwei mögliche Behandlungsmethoden. Welche davon zum Einsatz kommt, hängt immer vom Zustand des Auges ab. Betroffene, die ein beginnendes Stadium diabetesbedingter Augenveränderungen wie eine nichtproliferative diabetische Retinopathie aufweisen, werden nicht immer sofort behandelt. Wir empfehlen Patienten in diesem Stadium, ihren Diabetologen aufzusuchen, um die Einstellung der Blutzuckerwörter zu überprüfen. Gleiches gilt für die Blutdruckwörter. Zudem sind regelmäßige augenerzliche Kontrollen zur Überwachung notwendig, um eine Verschlechterung rechtzeitig zu erkennen. Im Stadium der schweren nichtproliferativen Augenveränderungen werden bereits Bereiche in der peripheren Netzhaut schlecht durchblutet, eine sogenannte Ischämie. Ab diesem Zeitpunkt muss das Auge mit einer Lasertherapie behandelt werden. So wird die ansteigende Produktion von Wachstumshormonen, die für die Einstellung neuer und krankhafte Gefäße verantwortlich sind, gestoppt. Im Stadium der proliferativen Diabetischen Retinopathie ist eine Laserbehandlung oder alternativ eine Injektionstherapie oder eine kombinierte Laser- und Injektionstherapie immer zwingend erforderlich, damit krankhafte Gefäße sich zurückziehen und der Sauerstoffverbrauch der Netzhaut sich reduziert. Welche Therapie dann individuell sinnvoll ist, hängt immer von jedem einzelnen Fall ab. Infolge einer Diabetischen Retinopathie sind Wasseransammlungen in der Netzhautmitte möglich, ein sogenanntes Makula-Ödem. In diesem Fall ist eine Injektionstherapie unausweichlich. Anderfalls drohen irreversible Sehbehinderungen. Als mögliche Behandlungen diabetischen Augenerkrankungen stehen also die Lasertherapie und die Injektionstherapie zur Verfügung. Welche Therapie angewandt wird, hängt immer vom Zustand des Auges ab. Neben diesen Therapien sind für Betroffene regelmäßige Kontrolle durch den Augenarzt notwendig. Und so können schwere Sehschäden rechtzeitig erkannt und vorgebeugt werden. Hat Ihnen unser Video gefallen? Möchten Sie mehr zum Thema Diabetischen Augenerkrankungen erfahren? Dann folgen Sie unserem Kanal und schauen sich unsere weiteren Videos an oder besuchen Sie unsere Website augenerste-in-düsseldorf.de. Für eine persönliche Beratung vereinbar Sie gerne einen Termin. Ich freue mich auf Sie. Ihr Amir Wachtert بي privaten Sieiam Ihrenync así Ich hoffe Sie sarei schöne